Hallo und herzlich willkommen zum Yoga. Ich bin Katja und zeige dir heute mein Lieblings-Yoga-Programm zur Rückbildung nach der Entbindung. Da ich selber Mutter von zwei kleinen Kindern im Alter von vier Monaten und zwei Jahren bin, übe ich das Programm selbst auch regelmäßig. Ich empfehle dir, damit zu beginnen, wenn du einen Rückbildungskurs bei deiner Hebamme bereits absolviert hast und nach zwölf Wochen kannst du dann mit diesem Yoga-Programm beginnen, um wieder zu deiner guten, gesunden Stabilität zurückzufinden und um deinen gesamten Körper zu straffen. Zu Beginn setz dich einfach mit gekreuzten Beinen auf deine Matte, stell sie dann langsam auf und mach dich erst mal ganz aufrecht. Versuch die Schultern wirklich zurückzunehmen und dich lang zu machen. Die Kopfkrone zieht nach oben und dann schau hier, dass du die Arme nach vorne streckst. Atme tief ein und mit der Ausatmung komm zur Seite. Dann dreh wieder zurück zur Mitte und mit der nächsten Ausatmung zur linken Seite. Einatmen, komm vor, ausatmen noch mal rechts, einatmen zur Mitte und ausatmen links. Dann komm noch mal vor und wenn du einen Block hast, dann nimm dir ruhig mal den Block zur Hilfe und halt den fest, press die Hände an den Block, atme hier noch mal tief ein und ausatmen noch mal zur Seite. Einatmen zurück und wieder aus. Einatmen und wieder aus. Komm wieder vor, press die Füße flach in die Matte und dreh dich mit der Drehung zur Seite möglichst weit. Und wenn du hochkommst, sei wieder gerade. Noch mal einatmen und wieder aus. Und wieder aus. Und wieder einatmen. Und noch mal aus. Und noch mal einatmen. Und wieder ausatmen. Tief ein, mach dich lang und atme noch mal aus. Mal einatmen und dann stell den Block ab zur Seite. Und du darfst dich jetzt erst mal zurückrollen auf deinen Rücken und die Füße ganz entspannt aufstellen. Nimm noch mal die Hände auf den Bauch und spür noch mal hier, wie du die Lendenwirbelsäule fest in den Boden drückst. Wenn du das machst, wird der untere Rücken sehr, sehr lang. Schau einfach, dass du hier alle Körperöffnungen verschließt und den Bauch nach innen oben saugst. Und da spürst du dann auch hier schon über dem Schambein, dass es ganz fest wird. Und da hast du auch hier deinen Beckenboden. Es ist wichtig, dass du das behältst. Du kannst es noch mal locker lassen. Und noch mal nach unten schieben. Und dann noch mal locker lassen. Und wieder nach unten schieben. Bauch fest ran. Noch mal locker lassen. Nach unten schieben. Dann tust du auch was für die Bauchmuskulatur, wenn du deinen Beckenboden trainierst. Und schau, dass du jetzt einfach noch ein bisschen die Füße zum Gesäß ran nimmst. Die Schultern etwas zurückholst und leicht den Po nach oben hebst, sodass es aber das Gesäß locker bleibt und entspannt. Und dann mach einfach mal eine liegende Acht in der Luft mit deinem Steißbein. Du kannst hier nochmal dein Steißbein fühlen. Und das soll hier die liegende Acht malen in der Luft. Das Gesäß bleibt ganz locker, damit du wirklich hier mit dem Beckenboden arbeitest. Das ist gar nicht so leicht. Und dann drehst du diese Acht auch mal in die andere Richtung. Atmest dabei tief und gleichmäßig weiter. Und dann spannst du dein Gesäß an, hebst das Becken etwas mehr nach oben. Und schaust, dass du die Hände flach auf den Boden auflegst zur Unterstützung. Und dann schaust du mal, ob du hier auf die Zehenspitzen abwechselnd kommst. Und vielleicht sogar, wenn du schon regelmäßig geübt hast, die Füße langsam hebst. Und dabei nicht vergisst, gleichmäßig weiter zu atmen. Und dann ein Fuß nach dem anderen abwechselnd hebst und wieder am Boden abstellst in deinem Tempo. Und dann einfach hier nochmal das Becken am Boden ablegst, die Hände auf den Bauch, Knie fallen zueinander, Fersen gehen locker nach außen. Und dann atme hier mal tief in deine Hände, sodass du wirklich spürst, die Bauchdecke hebt sich. Und mit der Ausatmung senkst du wieder die Bauchdecke ab. Atme nochmal tief hier ein. Und wieder aus. Dann kommst du beim nächsten Mal, nimmst du deinen Block zwischen die Oberschenkel. So, und presst den Block fest mit den Oberschenkeln. Schaust, dass die Füße hüftweit stehen und schiebst jetzt nochmal deine Lendenwirbelsäule nach unten zum Boden. Spannst alle Körperöffnungen oder schließt alle Körperöffnungen, rollst die Schultern zurück und kommst dann mit der Einatmung nach oben. Und presst den Block und ausatmen kannst du bis fast zum Boden wieder absenken. Dann presst nochmal den Block, komm mit der Einatmung wieder hoch und ausatmen, senk wieder ab. Einatmen nochmal hoch, presst den Block und wieder ausatmen. Nochmal einatmen, komm nach oben und wieder ausatmen. Nochmal einatmen, leicht absenken. Dann komm mit der nächsten Einatmen hoch und bleib hier. Versuch wirklich den Block fest zu halten, mit den Oberschenkeln zusammen zu pressen, zusammen zu drücken und den Beckenboden zu aktivieren, indem du wieder alle Körperöffnungen schließt. Bauchnabel geht nach innen und halt für einen Moment hier, atme tief und gleichmäßig weiter. Versuch hier den Brustkorb maximal auszufüllen. Wieder auspresst den Block. Letztes Mal tief einatmen und ausatmen, senk dich ab zum Boden. Und dann legst du den Block einfach locker zur Seite. Nochmal die Knie zueinander, die Hände auf den Bauch. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein in den Bauch, in die Hände und wieder aus. Okay, und dann machst du dich langsam lang und kommst auf die Seite, auf die linke Seite. Schaust, dass dein linker Ellbogen unter der linken Schulter steht. Die Handfläche zeigt nach oben und du winkelst die Beine an und schaust aber, dass deine Körpervorderseite in einer Linie ist. Und dann schaust du, dass du mit der Einatmung hier nach oben kommst, dich lang streckst und vielleicht die Hand in der Hüfte lässt. Dann guck mal, wie das hier ist. Und sonst kannst du natürlich gerne auch die Arme nach oben strecken. Dich hier lang machen. Dann schaust du mit der Ausatmung. Becken senken. Einatmen, komm wieder hoch. Ausatmen, senken. Einatmen, wieder hoch. Und wieder aus. Und wieder hoch. Mach das ein paar Mal für dich in deinem Tempo und versuch maximal die rechte Hüfte nach oben zu bringen, sodass du wirklich hier auf der linken Rumpfseite die Spannung spürst, dass du deine Muskulatur spürst. Und dann streck dich das letzte Mal nach oben und schau, dass du vielleicht die Hand zum Becken nimmst und presst die Hand gegen dein Becken, dein Becken gegen die Hand. Und schau dann, dass du dich hier noch ein bisschen mehr nach oben hebst, vielleicht den Blick zum rechten Daumen bringst und dann langsam absenkst und dich auf dem Bauch ableckst, zum Boden ableckst. Jetzt kurz entspannst und hier das linke Bein anwinkelst und mit der linken Hand deinen linken Fußrücken erwischst. Der rechte Arm ist aufgestellt, der rechte Ellbogen, rechte Ellbogen unter der rechten Schulter. Das rechte Bein ist ganz gerade und versuch die linke Ferse zum Gesäß zu bringen, sodass du hier eine schöne Dehnung im linken Oberstück Schenkel wahrnimmst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und schau, dass auch der linke Hüftknochen am Boden bleibt. Das Becken ist ganz gleichmäßig am Boden. Atme nochmal tief hier ein und wieder aus. Und dann langsam löse und roll dich auf die andere Seite. Auf die rechte Seite bringst du den Oberkörper wieder in eine Linie. Der rechte Ellbogen ist unter deiner Schulter und versuch die Schultern zurück nach hinten zu nehmen. Dein Brustbein zu heben und versuch das gleiche hier nochmal. Mit der Einatmung hebst du dich nach oben und schau, ob du deinen linken Arm nach oben Richtung Decke heben magst. Vielleicht blickst du zum linken Daumen. Atmest hier tief ein und dann schaust du mit der Ausatmung Becken senken. Einatmen, komm wieder hoch. Mach das hier auch ein paar Mal in deinem Tempo. Schau, dass der Oberkörper schön lang gerade bleibt. Und spür auch hier den Rumpf, die seitliche Rumpfmuskulatur ganz aktiv auf der rechten Seite. Einatmen, aus. Einatmen und wieder aus. Wieder ein. Beckenboden ist aktiv. Und dann nimmst du die Hand zum Becken nach unten und presst dagegen. Und dein Becken presst gegen die linke Hand, die linke Hand gegen dein Becken. Halte hier, atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Und dann langsam leg dich ab und leg dich nochmal auf den Bauch. Dann nimm dein rechtes Bein und mit der rechten Hand versuch die rechte Ferse möglichst nah an dein Gesäß zu bringen. Die rechte Hüfte bleibt am Boden. Und versuch hier eine schöne Dehnung im rechten Oberschenkel herzustellen. Das linke Bein ist aktiv. Streckt sich lang. Atme tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und dann schau, dass du das Bein loslässt. Locker lässt. Und bring die Hände neben den Brustkorb. Schieb dich über die Fersen zurück nach hinten. Streck die Wirbelsäule nochmal lang. Atme hier einmal tief ein. Und wieder aus. Und mit der nächsten Einatmung komm nach vorne. Und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Mach die Bewegung, die du magst, die dir jetzt gut tut. Und komm vielleicht abwechselnd auf die Zehenspitzen. Und dann bringst du die rechte Ferse mal zum Boden. Beugst das linke Knie. Einatmen nochmal auf die Zehenspitzen. Ausatmen. Linke Ferse zum Boden. Rechtes Knie beugt. Einatmen nochmal hoch. Ausatmen nochmal rechte Ferse zum Boden. Einatmen. Heben. Ausatmen. Linke Ferse zum Boden. Einatmen nochmal heben. Und dann bleib hier auf den Zehenspitzen. Drück die Zeigefingerballen fest in die Matte. Und schau, dass du hier die Knie etwas ran nimmst. Und mach nochmal eine liegende Acht mit dem Steißbein in der Luft. Und dann versuch das auch mal in die andere Richtung. Eine ganz kleine Bewegung. Gut. Und dann kommst du auf die Knie. Und schaust. Atme hier ein. Und ausatmen. Mach einen Liegestütz. Einatmen. Nochmal strecken. Ausatmen. Nochmal absenken. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Absenken. Einatmen. Strecken. Und ausatmen. Leg dich flach ab am Boden. Lass dich locker. Die Füße sind hüftweit auseinander. Fußrücken drücken in die Matte oder in den Boden. Die Oberschenkel sind stark. Knie weg von der Matte. Und mit der Einatmung heb den Oberkörper. Und ausatmen. Stirn senken. Einatmen. Nochmal Oberkörper heben. Dein Schambein presst nach unten. Ausatmen. Stirn senken. Einatmen. Nochmal Oberkörper heben. Und ausatmen. Senken. Einatmen. Komm nochmal hoch. Nochmal aus. Und dann schau, dass du die Arme zurücknimmst. Und greif die Finger hinterm Rücken ineinander. Schau, dass du die Beine jetzt dazu hebst. Und dann nimm die Füße aneinander. Fußinnenseiten berühren sich. Und presst die Fußinnenseiten aneinander. Spann die Oberschenkel an. Und presst die Beine wieder zusammen. Atme tief hier ein. Und wieder aus. Und nochmal tief einatmen. Und wieder aus. Und letztes Mal. Atme hier tief ein. Und mit der Ausatmung löse. Leg die Stirn kurz auf deine Hände auf. Mach Fäuste mit den Händen. Spür deinen Herzschlag. Und lass hier einen Moment ganz locker. Und bring dann langsam die Hände wieder neben dem Brustkorb. Spreiz die Finger weit. Klapp die Zehenspitzen um. Und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Als nächstes komm nochmal auf die Knie. Und dann schau, dass du hier jetzt nochmal den Bauchnabel nach innen oben ziehst. Und schau, dass du die Knie drei, vier Zentimeter vom Boden weghebst. Und hier einen Augenblick hältst. Nimm den Kopf etwas nach oben. Von den hinteren Ohren. Sodass die Halswirbelsäule lang ist. Und dann setz wieder ab. Atme kurz aus. Und wieder ein. Und dann schau, dass du hier nochmal alles anspannst. Den Beckenboden aktivierst. Und den Bauch nach innen nimmst. Und dann noch einmal ein paar Zentimeter nur die Knie weg vom Boden nimmst. Und dabei dir zulächelst. Nochmal tief einatmest. Und das nächste Mal nochmal absetzt. Und wir machen das noch einmal. Schau, dass du vielleicht dein Becken mal nach rechts und links bewegst. Dich entspannst. Und dann nochmal den Beckenboden aktivierst. Den Bauchnabel nach innen nimmst. Und dann noch einmal die Knie hebst. Die Hände fest in den Boden drückst. Als ob du die in den Keller schieben willst. Und hier tief einatmest. Halte deinen Bauch aktiv. Und dann lass nochmal locker. Bring nochmal die großen Zehen zueinander. Und schieb dich zurück nach hinten mit dem Gesäß auf die Fersen. Du kannst zwei Fäuste machen mit den Händen. Und die Stirn auflegen. Und dann langsam kommst du wieder in den Vierfüßler. Klappst die Zehenspitzen um und läufst in eine Vorbeuge. Der Kopf ist ganz locker, ganz entspannt. Und dann nimmst du dir deinen Block und nimmst den Block zwischen die Oberschenkel. So. Die Füße stehen hüftweit. So der zweite Zeh. Die Knöchel, die Knie und die Hüfte sind in einer Linie. Und nimm den Block zwischen die Oberschenkel. Halt ihn fest. Und dann press den Block wieder mit den Beinen. Setz dich auf einen imaginären Stuhl zurück nach hinten. Und dann streckst du die Arme schulterhoch nach vorne. Setz dein Gesäß zurück. Dein Bauch ist wie ein Brett. Der Bauch ist aktiv und die Beine pressen den Block. Die Wirbelsäule ist lang. Dann nimmst du die Schultern etwas zurück nach hinten. Dass du gerade bist und presst den Block. Atme noch mal tief ein. Und wieder aus. Und noch einmal tief einatmen. Und wieder aus. Einatmen, komm nach oben. Und nimm die Hände hinterm Rücken ineinander. Einatmen, Kopfkrone zieht hoch. Und mit der Ausatmung, mit gestreckten Beinen lehnst du dich nach vorne. Und nimmst die Arme über den Kopf nach hinten. Entspann dich hier. Lass den Kopf mal locker nach rechts und links fallen. Nacken ist entspannt. Und die Arme wollen noch mehr nach unten Richtung Boden. Atme tief ein. Spür die Dehnung im Schultergürtel. Nochmal tief einatmen. Und wieder aus. Und noch einmal tief ein. Mit der Ausatmung lass die Arme locker nach unten fallen. Beug wieder deine Knie. Und komm dann langsam mit dem Oberkörper nach oben. Schieb nochmal dein Gesäß zurück nach hinten. Und schieb die Arme nach vorne. Versuch wieder die gleiche Position zu finden. Und dann guck gern zu deinen Fußspitzen. Und schau mal, ob du mit der Einatmung auf die Zehenspitzen kommen kannst. Und ob du das hier halten kannst. Setz dich noch mehr zurück. Halte und dann komm nochmal runter. Und komm nochmal nach oben. Press den Block weiterhin. Und dann lass los. Und dann letztes Mal. Press den Block. Komm mal auf die Zehenspitzen. Und dann langsam Hände zum Boden. Fersen zum Boden. Block zur Seite. Schüttel die Beine mal aus. Lauf dann wieder in einer Art herabschauenden Hund. Gut. Und dann schau, dass du mit der Einatmung das rechte Bein nach hinten oben streckst. Und mit der Ausatmung einen großen Schritt nach vorne zwischen deine Hände machst. Nimm dir einen Block an die Innenseite jetzt von deinem rechten Fuß. Die linke Ferse klappt nach innen. Leg die rechte Hand auf den Block auf. Und dreh den Oberkörper zur Seite auf. Und streck dann langsam die linke Hand nach oben Richtung Decke. Atme tief ein. Und wieder aus. Und blick vielleicht auch zum linken Daumen nach oben. Schau, dass das rechte Oberschenkel parallel zum Boden ist. Schön gebeugt. Das Knie über dem Knöchel. Und drück die Außenkante vom linken Fuß fest in den Boden. Atme hier nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und dann letztes Mal einatmen. Mach dich ganz lang. Ausatmen. Blick zum Boden. Hand hinterher. Und dann schau, dass du in den dreibeinigen Hund nochmal zurückkommst. Dich nochmal ganz lang streckst. Und ausatmen. Dann Fuß abstellen. Dann laufst du in die Mitte. Kommst nochmal in eine Vorbeuge. Und kommst auf die andere Seite. Nimm jetzt das linke Bein. Langsam gestreckt nach hinten oben. Mach dich lang. Ausatmen. Großer Schritt nach vorne. Zwischen deine Hände. Rechte Ferse. Kommt zum Boden. Der Block kommt an die Innenseite vom linken Fuß. Die Hand liegt flach auf dem Block auf. Und dann mit der Einatmung kommst du nach oben. Blick Richtung rechter Daumen. Wenn das für deinen Nacken okay ist. Drück die Außenkante vom rechten Fuß fest in die Matte. Atme nochmal hier tief ein. Streck dich. Und wieder aus. Und versuch den Oberkörper noch mehr zur rechten Seite aufzudrehen. Das linke Knie ist über deinem linken Knöchel. Atme noch einmal hier tief ein. Und wieder aus. Spann auch den rechten Oberschenkel gut durch. Und dann langsam kommt die Hand zum Boden. Blöken. Block zur Seite. Und dann mit dem linken Bein nochmal einen großen Schritt zurück nach hinten oben. In den dreibeinigen Hund. Fuß zum Boden. Und dann läufst du langsam zur Mitte in eine faule Vorbeuge. Ganz gern mal durchschnaufen. und kommst dann direkt zum Sitzen. Nimm mal die Hände auf den Bauch. Und atme noch einmal in deine Hände. Okay. Und dann schau, dass du hier den rechtes Fuß, nach rechtes Bein nach vorne streckst. Und das linke Bein zur Seite wie in einer Grätsche. Und dann schau mal. Einatmen. Komm mit den Armen nach oben. Spann den Beckenboden an. Sei aktiv. Ausatmen. Twist nach rechts. Einatmen. Noch einmal zurück zur Mitte. Und ausatmen. Twist nach links. Einatmen. Komm noch einmal nach oben. Und ausatmen. Noch einmal nach rechts. Einatmen. Noch einmal zur Mitte. Und ausatmen. Nach links. Oberschenkel drücken nach unten in den Boden. Einatmen. Komm noch einmal hoch. Mit der Ausatmung bleib jetzt auf der rechten Seite. Und nimm die rechte Hand flach in deine Matte. Dreh die Füße nach rechts. Mit der Einatmung komm nach oben. Und ausatmen. Senk dich wieder ab. Einatmen. Noch einmal heben. Ausatmen. Zur anderen Seite. Einatmen. Komm hoch. Streck dich. Atme wieder aus. Wir gehen gleich weiter. Einatmen. Noch einmal heben. Und wieder aus. Einatmen. Und dann heb dich noch einmal hoch. Und wieder aus. Letztes Mal auf der rechten Seite. Und wieder ausatmen. Und noch einmal. Einatmen. Heb dich ganz hoch. Streck dich. Ausatmen. Okay. Und dann nimm das Bein wieder zurück. Mach noch einmal einen bequemen kreuzbeinigen Sitz. Die Hände auf die Knie. Schließ deine Augen. Und atme in deinen Bauch. Und dann nimm einfach hier nochmal die Hände hinter deinen Rücken. Schieb die Schultern zurück nach hinten. Setz die Hände hinten auf. Und mit der Einatmung heb dein Brustbein nach oben. Blick nach oben. Atme tief. Und wieder aus. Atme noch einmal tief hier ein. Streck dich nach oben Richtung Decke. Atme wieder aus. Ein letztes Mal. Tief einatmen. Und ausatmen. Okay. Und dann schau, dass du nochmal wie zu Beginn hier in diese Position kommst. aus dem Block nochmal nimmst. Atme ein. Mach dich lang. Ausatmen. Twist nach rechts. Streck dein rechtes Bein. Einatmen. Wieder zurück zur Mitte. Und ausatmen nochmal nach links. Linkes Bein streckt dich. Du lehnst dich nach links. Einatmen. Komm nach oben. Ausatmen nochmal rechte Seite. Einatmen. Wieder zurück. Ausatmen. Linke Seite. Streck das Bein. Einatmen. Komm nochmal vor. Ausatmen. Rechts. Einatmen. Zur Mitte. Ausatmen. Linke Seite. Einatmen. Zur Mitte. Letztes Mal rechts. Einatmen. Mitte. Lass dir Zeit. Und nochmal die linke Seite. Und dann kommst du wieder zurück. Legst den Block zur Seite. Dann darfst dich wieder auf den Rücken abrollen. Kurz mal vor und zurück. Dich bewegen nach rechts und links. Und zum Abschluss. Nimm noch einmal den Block. Dann zwischen deine Beine. Diesmal mit der flachen Seite. Verhakt die Beine ineinander. Hände neben dem Körper. Handflächen flach. Und dann schaust du mit der Einatmung kommst du hoch. Und legst dein Gesäß auf der linken Seite ab. Nächste Einatmung. Und jetzt legst du das Gesäß auf der rechten Seite ab. Und machst das ein paar Mal für dich. Versuchst hier schön die Beine nach oben zu heben. Den Block fest zu halten. Du kannst gerne den Kopf hier mit anheben. Und dich ein bisschen mit den Handflächen abdrücken. Aber nicht zu viel. Und nimmst gern mal die Hände jetzt über den Kopf. Und machst das ohne die Unterstützung deiner Hände. Ein paar Mal noch. Kurze Pause. Leg den Block auf deinen Bauch. Atme tief ein. Und wieder aus. Und noch einmal. Tief einatmen. Und wieder ausatmen. Mit der nächsten Einatmung streck deine Beine noch mal hoch. Jetzt verkreuz die Beine andersrum. Nimm noch mal den Block dazwischen. Streck gleich die Arme nach hinten. Und dann mach das noch mal. Ein paar Mal für dich. Heb dein Becken weg vom Boden. Mit der Kraft deines Bauches. Und hier hast du auch noch mal wunderbar den Beckenboden mit dabei. Und du tust was für deine Bauchmuskulatur. Okay. Letztes Mal. Und dann komm wieder zur Mitte. Block zur Seite. Greif die Fußaußenkanten. Roll dich vor und zurück. Und dann komm langsam nach oben zum Sitzen. Und zum Abschluss. Bleib einfach einen Moment hier mit den Händen auf den Knien. den Oberschenkeln. Atme noch mal tief ein. Und dann schließ deine Augen für einen Augenblick. Und spür die Kraft deiner Körpermitte. Und spür, dass du was getan hast. Und bring dann langsam die Hände vor dem Brustkorb zueinander. Und zum Abschluss bedanke dich bei dir selber. Namaste. Ja, das ist ja. Das ist ja so.